Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Adventsvideo. Das heutige Video wird moderiert von meiner Freundin. Hallo. Ihr werdet sie irgendwann sehen, aber jetzt doch nicht, weil sie Angst hat. Was sagen Sie zu den heutigen wirtschaftlichen Berichten in der Tageszeitung? Ich kann nicht lesen. Mein Freund kann nicht lesen, jetzt wisst ihr es alle. Warum liegt mir schon? Und warum hast du eine Maske auf? Dann lass mir doch ein. Okay. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist grün. Warum? Meine Lieblingsfarbe ist grün. Grün, weil mir grün auch gefällt. Was ist Ihr Lieblingsessen? Ich habe kein Lieblingsessen. Jägerschnitzel, Mann. Das weißt du sogar ich. Jägerschnitzel. Erzähl doch mal von deinem Lieblingsurlaubsland. Japan. Warum Japan? Weil ich da noch nicht war und weil ich da hin möchte und China auch. Warum China? Weil ich da noch nicht war und da hin möchte und die Tempelanlagen bestimmt cool sind. Bei beiden. Und wie findest du es, dass die Japaner Wale abschlachten? Finde ich sehr gut. Wale schmecken sehr gut. Nein, finde ich nicht gut. Wie findest du es, dass die Chinesen Hunde essen? Gut. Ich würde auch gerne Hunde essen. Auch Katzen. Und Menschen. Und Menschen. Das habe ich aber schon irgendwann mal gesagt, dass ich tatsächlich, ich sage es jetzt auch nochmal hier, ich würde auf jeden Fall, wenn mir jemand Menschen vielleicht anbieten würde, wenn man es im Aldi kaufen würde, könnte, ich würde es essen. Auf jeden Fall. Jeder würde es kaufen. Hallo und herzlich willkommen zur Freakshow Nummer 1 im Deutschen TV. Sind sie behindert? Ja, ja, natürlich. Warum? Weil, weil, natürlich. Weil das kein Grund. Darum. Genauso bin ich ein Grund. Ähm. Was machen wir anschließend nach diesem Video? Wir gehen nach Deidesheim auf den Weihnachtsmarkt und feiern. Weihnachten. Thema des heutigen Videos sind deine Religionskenntnisse. Nein. Wer ist an Weihnachten geboren? Jesus. Wer ist deine Mutter? Gottsfrau. Loser. Warte, Maria. Jawohl. Wer ist dein Vater? Gott. Richtig. Wer ist dein menschlicher Vater? Gott. Walsch. Äh, Abraham. Ah! Nöp. Aber es heißt auch Vater Abraham, was ist hier los? Äh, warte, Maria und Josef. Wisst ihr, was geschehen? Heute Nacht. Wie viel Milch gibst du? Aus welcher? Labernitz am Scheiß. Man ist Gott geboren? Ah. Ah, schwierig. Wer hat Jesus verraten? Tja, das weiß ich. Der, der auf dem Bild so macht. Keine Ahnung. Jawohl, richtig. Wer hat Judas verraten? Niemand. Ach so.